Musik Schlüssel zur Zeitlosigkeit So der Titel der neuen Ausstellung mit dem Holzkünstler Marco Ernst-Christian Steinschnack und der Malerin Roswitha Nickel, die bis Ende Februar in der Galerie Zehnerhaus in Gmunden besucht werden kann. Marco Ernst-Christian Steinschnack, der sich selbst Meck Steinschnack nennt, verwendet zur Erstellung seiner Kunstwerke nur Handwerkzeuge und verzichtet bewusst auf die Verwendung von technischen Geräten. Mit Hilfe der heiligen Geometrie, Intuition und der Kraft des Geistes manifestiert Meck Steinschnack Informationen in Form von Holz, was für ihn mit Liebe gleichzusetzen ist. Ich mache das Ganze, weil ich mich der Macht der Liebe verschrieben habe und nicht der Liebe an der Macht. Das heißt, ich nehme all das Wissen her, bereite es neu auf und stelle es in Form von Holz dar. Und die Energieform wirkt dann auf die Menschen. Ich brauche da gar nichts mehr zu sagen dazu, weil alles hat eine Eigenschwängung und das wirkt dann einfach. Ich brauche nur Informationen reinerholen, von außen, sage ich mal, oder von innen. Und transformiert ist dann in mir verarbeitbare Signale, lasse über meinen Geist, über meine Hände und das kommt dann raus, was man da sieht. Die Künstlerin Roswitha Nickel hat bereits in jungen Jahren die Liebe zur Malerei entdeckt und gewinnt bereits im zarten Alter von zwölf Jahren einen Malwettbewerb. Mit ihrem Mann findet Roswitha Nickel nicht nur ihr großes privates Glück, sondern auch einen wichtigen Förderer ihrer künstlerischen Karriere der Malerei. Also ich beschäftige mich schon sehr lange mit Acrylmalerei. Der Beginn war eigentlich Acquarellmalerei. Ich bin dann nach meinem schweren Umbau endlich auf Acrylmalerei umgestiegen. Ja, meine Bilder sind sehr ausdrucksstark und sehr farbenkräftig. Das ist mir einfach ganz wichtig, einfach Farbe in verschiedene Wohnungen zu bringen, also verschiedene Techniken auszuprobieren. Die neue Technik, was ich jetzt mache, das sind Rostbilder. Das ist ganz was Neues und ganz interessant. Man kann sehr viel Material einarbeiten in die Bilder und kommen eigentlich bei den Leuten sehr gut an. Finden auch Sie den Schlüssel zur Zeitlosigkeit und besuchen Sie die aktuelle Ausstellung der Galerie Zehnerhaus. Genießen Sie dabei die Vielfältigkeit dieses einzigartigen Geschäfts in der Gmundner Kirchengasse. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020